Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Guten Appetit und hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von der Schacht 2. Das ist eine Fortsetzung zu, haltet euch fest, der Schacht 1. Ein Film, der im März 2022, glaube ich, war es, auf 2020 sogar, Zero, was sagst du? Ich sag 20. 20. Ich meine auch, das war so ein Corona-Ding, den haben alle gesehen während der Pandemie. Wo man richtig schön zu Hause Hunger hatte, da hat man den geschaut, das stimmt. Er passte ja auch relativ gut zu der damaligen Zeit, denn die Jüngeren unter euch wissen es vielleicht nicht, aber damals hatten wir ein Hobby, nämlich Klopapier und Nudeln-Hochten. Zumindest in Deutschland. Zumindest in Deutschland, ja. Ich kenne Leute, die haben immer noch genügend Pasta und Klopapier zu Hause. Aber gut, Zero, auch ein Hallo natürlich an dich und ihr Lieben, es tut mir leid für den etwas rabiaten Einstieg, aber ich dachte mir, hey, ich mache es mal wie der Schacht 2, der ebenfalls einfach relativ schnell anfängt. Aber bevor wir uns unterhalten, wie uns das Secret gefallen hat und auch wie wir zum ersten Teil stehen, der ja damals wirklich enorm erfolgreich war, mein lieber Zero, kannst du uns eben kurz erklären, was erwartet denn den geneigten Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn sie bei Netflix am 4. Oktober auf Play drücken bei der Schacht? Si, Senor, kann ich gerne machen. Also, wir haben die gleiche Ausgangslage wie im ersten Teil. Wir befinden uns in einem sehr kargen Raum, ähnelt ganz stark einer Gefängniszelle und dort sitzt eine junge Dame und ein etwas kräftigerer Herr mit wenig Haaren, sprich mit gar keinem. Und dann fährt halt immer von oben nach unten eine Plattform und auf der sind Lebensmittel. Und es durften sich die jeweiligen Personen, die alle auch in so einer Zelle wohnen, die nach Ebenen aufgeteilt sind von 1 bis erstmal, von Anfang an wissen wir nicht genau wie viel, bis unendlich, sagen wir mal, durften sich Essen aussuchen, eine Mahlzeit und die ist auch da drauf. Und jetzt kommt es dazu, dass einige vielleicht mal vor was essen, nichts essen. Und in diesem Teil haben wir halt auch, dass es so eine Anführerschaft gibt, die halt da ein paar Regeln festsetzt. Und wie es so ist, wenn es Regeln gibt, gibt es auch Probleme. Und das ist eigentlich die grobe Prämisse des Films, dass die Leute eigentlich versuchen sollten, so ein psychologisches Experiment, sich das Essen einzuteilen, was natürlich nur in die Hose gehen kann. Ja, also der erste Teil war ja schon so eine Antikapitalismus-Allegorie und das macht der zweite Teil jetzt auch halt eben mit dem Unterschied. Beim ersten Teil durfte man sich einfach alles nehmen, was auf den Tisch kam, also was auf dieser Plattform war. Und jetzt ist es halt so, du wählst dir im Vorfeld aus, was du echt essen möchtest. Also der eine möchte gerne Couscous, der andere möchte Pizza, der andere möchte Chicken Wings. Und wenn du halt etwas isst, was halt du nicht bestellt hast, sag ich mal, dann gibt es halt Ärger und es formt sich halt eben so eine Art, ich würde sagen, fast schon religiöse Allianz, die halt eben aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden. Ich glaube, so kann man es grob beschreiben. Jetzt war es ja so beim ersten Teil, dass der durchaus gut ankam und mir gefiel er auch. Wie stehst du zum ersten Teil? Ich fand den ersten herausragend, um sogar ein bisschen zu untertreiben. Also ich fand ihn wirklich richtig gut. Erstens, weil natürlich wir von Netflix nicht immer verwöhnt sind mit Eigenproduktionen und wenn da mal was Gutes rauskommt, dann kann man das auch mal würdigen. Und diese ganze Hauptprämisse, dass von oben Essen eingeteilt werden muss nach unten, regt natürlich auch zum Nachdenken an. Und ich fand das ein cooles Konzept. Er hatte auch seine gute Härte. Und am Ende ging auch noch ordentlich Action ab im ersten Teil. Es hat mich also vollkommen überzeugt. Und ja, ich habe mich richtig gefreut. Also schon bestimmt seit einem halben Jahr auf den zweiten Teil. Ja, also ich glaube, dass du von uns beiden dann derjenige bist, der den ersten Teil, glaube ich, mehr mag. Ich fand den wirklich gut. Ich muss aber auch sagen, es hat sich nicht wirklich so viel festgesetzt bei mir. Also ich glaube zum Beispiel beim ersten Teil, der wahre Star ist einfach die Optik des Films. Dieses Karge, dieses Graue, dieser Beton. Und dann halt eben dieses Bild, wenn du halt diesen reich gedeckten Tisch hast, der halt immer weniger wird. Aber ich von meiner Seite aus wüsste jetzt, oder könnte zum Beispiel keine einzige Figur mehr des ersten Teils benennen. Und soweit ich das begriffen habe, ist es ja auch so, dass der zweite Teil, glaube ich, vornehmlich wirklich auf komplett neue Figuren setzt, oder? Teils, also um wenig zu spoilern. Sequel ist die falsche Annahme beim zweiten Teil, wenn man den Film durch hat. Es ist kein Sequel. Und dadurch kommen natürlich ein, zwei Figuren, die auch im ersten dabei sind, kommen auch nochmal vor. Aber auch nur relativ kurz, dass man die ganz kurz sieht. Ja, dennoch muss ich sagen, ja, das Essen fand ich auch cool. Ne, sieht natürlich Hammer aus, so ein reichlich gedeckter Tisch. Aber beim ersten ist mir so hängen geblieben, es gab schon eine Szene, wo er so ein Schwert in der Hand hat, oder wo einer auf das Essen draufpisst. Das sind so Sachen, die bleiben ja schon im Kopf. Und ja, fand ich lustig und schön. Okay, ihr habt jetzt gehört, Zero mag es, wenn man auf sein Essen klickt. Nicht auf meins. Okay, verstehe. Beim zweiten Teil war es jetzt für mich so, ich war also auch gespannt, was sie machen. Und was ich dem Film zugutehalten möchte, sie haben jetzt nicht versucht, wirklich großartig dieses Experiment, diese Welt weiter zu erklären. Das heißt, wer, wenn ihr jetzt den ersten Teil noch kennt, oder gerade eben nochmal gesehen habt und hofft jetzt vom zweiten Teil, dass ihr jetzt hier die Antworten bekommt auf die ganzen Fragen, die der erste Teil nicht beantwortet hat. Wie zum Beispiel, wo sind die eigentlich da? Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Das bietet der Sequel nicht. Hat dich das gestört, dass das Sequel das nicht bietet? Oder denkst du dir, ähnlich wie ich, ja, eigentlich ganz cool so. Also, dass die Fragen unbeantwortet geblieben, finde ich sehr gut, weil das machte den ersten Teil auch so ein bisschen aus, dass man im Kopf noch weiterdenken kann. Ich finde aber, den neuen Ansatz des zweiten, der hat mich halt null gecatcht. Also, da war mir ja, also ich finde, der kommt sehr künstlerisch gewollt rüber, hat dadurch ein paar schöne Bilder, die halt doch okay bis schön sind, aber dann irgendwie so gewollt verkauft sein will, aber eigentlich doch, also eigentlich ist es für einer, der sagt, ich mache jetzt Kunst, aber eigentlich keine Ahnung hat. Also, so kam mir das rüber, weil es war ja nie schwierig, dahinter zu blicken, was jetzt gemeint ist. Es sah halt nur irgendwie schwierig aufgebaut aus. Und das hat das irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht alles. Ja, also der Regisseur, der aus dem ersten Teil schon inszeniert hat, der hat eine ganz klare Mission, die er verfolgt. Und er macht das aber nicht, sondern nicht subtil. Also, ich finde, dass der Film hat mich ein bisschen von seiner Botschaft erinnert an jetzt den The Substance, der ja auch seine Botschaft wirklich relativ offenherzig wie eine Rüstung emblematisch so vor sich heraus trägt. Aber im Gegensatz zu The Substance macht The Substance, oder hat The Substance mir halt wirklich riesengroßen Spaß gemacht, hat mich ein bisschen geekelt, hat mich ein bisschen provoziert, hat mich unterhalten, hat mich bespaßt, hat mich geschockt. Aber ich sage es ganz ehrlich, der Schach 2 fand ich furchtbar bieder. Ich fand den furchtbar langweilig. Der hat natürlich all das, was auch der erste Teil hatte, will sagen, es gibt ein paar Versuche, euch zu ekeln, es gibt ein paar Gewaltszenen, es gibt natürlich sowas wie ein, ich möchte nicht sagen Plot-Twist, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo die Figuren und die Situation dann plötzlich in ganz anderen Lichtern dastehen. Aber das hat bei mir nichts geholfen. Ich habe diesen Film tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn größtenteils wirklich eher durchgestanden. Wie war es bei dir? Ganz so schlimm war es dann bei mir nicht. Aber ich muss auch sagen, er ist ja kürzer als der erste, zieht sich aber deutlich länger. Und er nimmt sich ja für seine Charaktere, man müsste denken, ja Zeit, weil man hat ja nicht viel mehr auf so einer Ebene als zwei Leute. Aber das kriegt er auch nicht hin. Dann haut er da wieder ein neues rein und dann denkt man, ach, ist ja interessant, erzähl doch mal. Dann ist aber die Figur schon wieder raus in der nächsten oder übernächsten Szene. Und ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, schauspielerisch will ich da gar keinem was vorwerfen. Gerade unsere beiden Figuren am Anfang fand ich eigentlich solide. Also das, was wir machen, machen sie vernünftig. Aber die kriegen dann auch nicht viel mehr. Dann hungern sie. Und warum überhaupt? Und ach, das ist alles. Ich glaube, er wollte viel zu viel und hat es da nicht hingekriegt, diesen Bogen zu schlagen. Weil da werden Bilder irgendwie zwischendrin eingeblendet, die gar nicht zu dieser Hauptstory passen und da auch nichts weitergeben. Und das meine ich mit diesem künstlerischen Ansatz, der dann halt null Impact bringt für einen. Und wie gesagt, er hat zwei, drei schöne, sprotzige Szenen, wie du auch angesprochen hast, wo ich sage, ja, okay, das könnte schon den einen oder anderen chocken. Ist auch ganz nett. Aber selbst da hält die Kamera ja nur so halb drauf. Du hast so eine große Fight-Szene, die eigentlich richtig geil sein könnte. Aber da ist alles sehr dunkel und man sieht nicht viel und man hält auch nicht drauf, ist alles viel zu schnell. Ach Mensch, er hätte besser sein können. Also er hätte wenigstens durchschnittlich werden können. Das auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die jemand damit besser connecten als ich. Aber für mich hat er tatsächlich sein Potenzial einfach nicht ausgeschöpft. Ich finde es an und für sich total spannend und interessant, dass sie halt die Regeln verändern. Aber dann gibt es halt wieder diese obligatorische Sache, von wegen, dass da eben eine Gruppe ist und religiöser Wahn und religiöser Eifer. Und das kann man gerne machen. Das ist ja durchaus auch richtig. Also ich sehe da auch wirklich viel Verbindung auch zu unserer Realität. Aber das alles ist so lustlos abgespult irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass der Regisseur vielleicht selbst gar nicht so richtig Bock drauf hatte und einfach nur jetzt in die Amottenkiste geguckt hat, was kann ich jetzt hier noch für Sozialexperimente drauf oder rausholen. Das hat mich ein bisschen auch erinnert an die Fortsetzung von den Cube-Filmen, wo sie auch irgendwie versucht haben, es irgendwie noch auf Teufel komm raus weiter zu stricken, ohne dabei so ein bisschen diesen, ich sag mal, Mythos zu zerstören. Gut, bei Cube haben sie es dann irgendwann trotzdem gemacht. Und so ist es auch bei der Schach 2. Also sie versuchen diesen Mythos irgendwie dunkel zu halten und stellen einfach noch mehr Fragen. Und das wird irgendwann mir einfach zu viel. Vor allem, das ist mein zweiter großer Kritikpunkt, wir haben schon hier sowas wie eine Heldin, wie eine Hauptfigur. Aber die blieb für mich komplett blass. Und irgendwann gibt es dann auch noch so die Enthüllung, warum sie sich denn bei diesem Experiment gemeldet hat. Und das war dramaturgisch so ein Kasper der Theater. Da war ich spätestens raus. Und das war für mich so der finale Sargnagel für mich, dass ich für mich entschieden habe, also ich kann von meiner Warte den Schach 2 nicht weiter empfehlen. Wie hast du die Hauptfigur wahrgenommen? Ich fand, das war eine sehr hübsche junge Frau. Das schon mal vorweg. Die hat auf jeden Fall diesen spanischen Epil, sehr, sehr stark. Aber ich muss auch sagen, der Grund, warum sie reingeht, als der rauskam, also ich hätte das nicht gemacht. Deswegen, weil Dinge passieren. Aber ich konnte mit ihr so ein bisschen mitwuten, gerade am Anfang, was mich eher gestört hat, dass die Figuren halt noch unnötig immer so leicht verschweigen, warum sie da sind. Weil es gibt mir eigentlich gar keinen richtigen Grund, warum die zueinander nicht erst mal aufrichtig sind. Und das wird mir auch im Laufe des Films nicht klarer. Aber ich habe noch eine Frage, weil das ist mir so ein bisschen aufgefallen oder sehe ich so ein bisschen drin. Das Erste war, das hast du auch schon gesagt, ganz klar ging es so über Kapitalismus. Und hier finde ich wirklich, das geht eher schon wieder in Richtung Kommunismus. Aber da hat er wenigstens zwei Hauptideen gehabt, der Regisseur. Also siehst du das auch ein bisschen so? Also für mich geht es im zweiten Teil halt mehr darum, wieso Machtdynamiken sich verändern können. Denn ich sage mal, es ist ja wirklich ganz gut, wenn Leute versuchen, dass es gerecht zugeht, aber sie übertreiben es halt hier. Also quasi, wenn du irgendwie aus Versehen, sage ich mal, das falsche Stück der Pizza isst oder auch nur anlegst, bist du des Todes oder wirst irgendwie gefoltert. Das ist dann wieder zu viel. Und das ist eben auch so die Frage, bis wann ist die Durchsetzung von Gerechtigkeit wirklich gerecht? Und bis wann ist es, sage ich mal, Machtmissbrauch? Und bis wann ist dieser religiöse Eifer wirklich zu viel des Guten? Und ich sage mal, so viel, was hier geboten wird an religiösem Eifer ist dann wirklich zu viel des Guten. Aber alles in allem hat das für mich nicht funktioniert. Gerade wenn es um diese Thematik dieser, ich nenne es mal christlichen Dogmen geht, da habe ich jetzt erst vor kurzem Des Teufels Bart gesehen, den neuen Film, der Ich sehe, Ich sehe, Macher, der damit wesentlich besser umgeht, der natürlich nicht so etwas, wie soll ich sagen, etwas verkopfter ist, auch ein bisschen schwermütiger ist als der Schach 2. Alles in allem bei der Schach 2, muss ich sagen, ich finde den ersten wirklich gut, aber der zweite Teil, das ist so, der wirkt so wie nachgeschoben. Sie waren vermutlich selbst überrascht, dass der Film weltweit so erfolgreich war und jetzt muss halt irgendwie noch eine Fortsetzung her. Und ich will ehrlich sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn der Schach 2 weitaus schlechter performt als der erste Teil. Und das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, weil er jetzt nicht während einer Pandemie herauskommt. Ich habe da ein ganz starkes Gegenargument, denn jeden Netflix-Film, den ich die letzten Wochen, Monate besprochen habe und richtig schlecht fand, so wie den jetzt auch nicht wirklich gut finde, ist sehr lange auf der Eins gewesen. Und das ist... Ja, okay, also man muss es so sein. Natürlich, zum einen weiß man nie so richtig, wie berechnet Netflix das, weil es gibt ja dieses schöne Kleinigkeit, dass Netflix ja einen Film ja schon als gesehen markiert, wohl in ihrer internen Statistik, wenn du nur zwei Minuten gesehen hast. Deswegen ist die Frage, wer hat wirklich den Film bis zum Ende geguckt? Und dann ist es ja auch so klar, wenn viele Leute gucken, ist der bestimmt drei, vier Wochen auf der Eins. Die Frage ist nur, wie viele Leute werden sich in drei, vier Jahren noch an diesen Film erinnern? Niemand. Aber über diesen Film reden. Das ist halt die Sache. Weil, hört gerne in die Besprechung von The Union rein, mit dem werten Kollegen Johannes und mir. Da haben wir diese Thematik auch schon ein bisschen behandelt. Weil Netflix ist sehr gut darin, das sich zu vermarkten, von wegen der erfolgreichste Film des Monats August oder kein Film wurde in den letzten drei Wochen bei uns so oft geguckt wie dieser. Aber letztlich sagt es dann nicht wirklich viel über den Film an sich aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Schach 2 ähnlich ist. Du sagst es ganz genau, das wird auch hochgehen. Aber so wie über jeden zweiten Netflix-Film wird da wirklich in drei Monaten keiner mehr drüber sprechen. Außer doch in drei Monaten. Die schlechtesten Filme auf so einer Liste, da tauchen die dann wieder auf. Aber das war es dann auch für die nächsten Jahre. Ja. Ich wäre ja wirklich interessiert, Ende des Jahres so eine Art Podcast zu machen beim Tele-Stammtisch. So eine Art Quiz, das große Netflix-Eigenproduktions-Quiz. Und dann müssten die Kandidaten einfach erraten, welcher Netflix-Film gesucht ist. Und wir kommen dann so Anhaltspunkte und müssen dann schauen, wie viel wissen sie noch. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, mich eingeschlossen, im Ende des Jahres teilweise wirklich Filme komplett vergessen haben, die sie dieses Jahr auf Netflix gesehen haben. Das wird schwierig. Also ich habe auch schon, also mein schlechtester Film des Jahres, weil ich glaube ich, um die 160 Filme aus diesem Jahr sind Netflix-Filme. Also die sind ganz weit unten. Und du hast ja so Perlen wie, ich glaube es ist noch nicht mal eine Einproduktion, war das wohl auf Netflix? Woody Woodpecker war Netflix, ne? Woody Woodpecker? Ghost to Camp war glaube ich auch auf Netflix. Oh, siehst du mal, die habe ich dann gesehen. Und da sind so Schrottperlen, die sind ja kein Trash, das ist wirklich nur Schrott, Schrott. Schade eigentlich, weil so Trash-Filme gucke ich auch manchmal gerne. Aber da ist halt nichts funny dran an dem Film. Der hatte für mich ja wenigstens noch ein bisschen was. Den schiebe ich nicht nach ganz unten. Aber da gibt es Netflix-Sachen, die kann man, die muss man nicht schauen, Leute. Dafür sind wir da, dass wir uns das antun für euch. Ja, also um das auch nochmal klar zu machen, mir hat der Schach 2 nicht gefallen, aber ich habe dieses Jahr auch schon wirklich schlechtere Filme auf Netflix gesehen oder Netflix-Eigenproduktion. Zum Beispiel jetzt vor zwei, drei Wochen dieser The Uglies. Also das ist dann schon eine andere Form von Scheiße. In der Kategorie würde ich jetzt den Schach 2 nicht verorten. Aber trotz allem, so viel kann ich sagen und jetzt leite ich schon mal zu meinem Fazit über, bin ich schon eher enttäuscht. Auf der anderen Seite, ich habe diesen Film ja auch gar nicht verlangt. Ich habe auch nicht nach ihm gelüstet, deswegen hat es mir jetzt auch nicht wehgetan. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn wieder vergessen. Es war nicht meins, es war nicht gut für mich, deswegen Schach 2 von mir keine Empfehlung. Zero, wie sieht es bei dir aus? Ich greife ein bisschen von deinem Fazit ab. Ich finde, Schach 2 hat die Plattform nicht verdient, die er jetzt bekommen hat. Weil der heißt ja im Englischen eine Plattform, es war clever. Ja, manchmal kommt auch mal was Schlaues raus. Ja, warte, wir schreiben uns das eben kurz auf. Wir haben den 3. Oktober 2024. Anmerkung, Zero hat was Cleveres gesagt. Wow, das kommt sofort in deine Akte. Ja. Dafür kriegst du ein Schickenwing extra. Das ist super. Ja. Okay. Gut, dann sind wir hier mit durch. Zweimal eine, eher nicht der Empfehlung für der Schach 2. Der Film startet am 4. Oktober 2024 exklusiv bei Netflix, wo auch sonst. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de und wir sind auch auf Discord. Da könnt ihr gerne in unserem Community-Server joinen. Tele-Stammtisch slash Discord. Wir haben jetzt schon einige Leute mit dabei und es gibt einen regen Austausch zum Thema Serien, Filme, aber auch Videospiele und Comics und auch ein bisschen Gossip hier und da. Alles, was das Herz verlangt. Ich danke nochmal fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Zero, dir gibt es das letzte Wort. Ich mache heute auch mal endlich wieder Eigenwerbung. Guckt auf Instagram bei Zero Famous nach. Gerade jetzt im Oktober habe ich auch sehr viel unklevere Sachen zu sagen in vielen Reels. Viel Spaß damit und auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.